Heute kommt schon ein Video. Ich zeige euch heute mal den Hund Sitz beibringt, weil es eben auch ein bisschen ein Kommando ist, wo der Hund eben können sollte. Und es gibt zwei Kommandos, nur den Hund Sitz beibringen. Und das erste ist, nehmt ein Leckerli, führt es über die Nase. Das macht ihr ja die ganze Zeit. Ihr führt das Leckerli über die Nase. Ja, fein. Und wenn das gut schlappt, sagt ihr das Kommando, Sitz. Sitz. Nein, nicht drehen. Sitz. Sitz. Ja, fein. Und wenn das gut schlappt, macht ihr eben noch quasi, Sitz. Dann probiert ihr das Leckerli weiter. Und irgendwann möchte der Hund jetzt auf dem Kommando Sitz können. Dann könnt ihr dann noch das Handzeichen. Das geht einfach so, so eine Hand hochheben. Sitz. Ja, fein. Dann eben das Handzeichen schon zuzugeben. Komm her. Sitz. Ja, fein. Und wenn jetzt, wenn der Hund das gut kann, könnt ihr es in der Weile üben. Also, Sitz. Geht ihr ein bisschen weiter weg. Aber überbreitet mich nur ein kleines bisschen. Sitz. Joschi. Sitz. Fein. Gut gemacht. Ihr zeigt euch noch das Erste von den Ersten. Also, ihr zeigt euch das Zweite. Das mag ich aber nicht so. Da könnt ihr euch eher das Zweite empfehlen. Also, das Erste. Sorry. Ich kann euch das Erste empfehlen. Das Zweite mag ich nicht so. Aber, falls das Erste nicht klappt, könnt ihr das hier benutzen. Joschi, dann tut ihr hier ein Leckerli. Und drückt einfach die Hand runter. Das ist eigentlich nichts schweres. Sagt Sitz. Wenn der Hund weiß, wie ich den Sitz sag, muss er Sitz machen. Also, hier. Sitz. Er sagt Sitz. Und drückt mit euren Hand den Po runter. Sitz. Und irgendwann weiß er halt, Joschi, bei Sitz muss ich mich hinsetzen auf den Arsch. Joschi, Sitz. Und dann könnt ihr anfangen, ohne runter zu drücken, wenn das richtig gut klappt. Aber habt Geduld. Das dauert immer eine Weile. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger. Sitz. Ihr Feine. Und fängt dann immer an Sitz und es Handzeichen zu benutzen. Sitz. So wie an Anfangen. Genau. Es ist kein schweres Kunststück und gehört zu den Kunststücken. Zu den Tricks. Okay, das ist kein Tricks, aber es solltet ihr Hund können. Und das war's so von dem Video. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn euch noch irgendwelche Videos sehen wollt, schreibt mir das in den Kommentaren. Bye. Bis zum nächsten Mal. Das war's von mir. Und auch von Joschi.